Da ist nix mehr mit dir, hm? Oh, muss mal gut sein, gell? Mein Kleiner. Oh, das ist nix mehr, hm? Ist ganz stark abgebaut die letzten vier Wochen, hm? Du bist halt der Erste, wo geht, gell? Von deinen Brüderchens, hm? Oh, jetzt hast du so ein seidiges Fell, gell? Kannst du dich doch nicht mehr streicheln, hm? Oh. So, gell? Von Kleiner, hm? Das lassen wir gut sein, gell? Das ist ja nix mehr, gell? Jawohl. Oh, rollen Sie bitte mit. Oh. Gell. Sehen Sie dort, Captain Fugger ist eingetroffen. Hm? Ah, Captain Fugger, ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich bin Julius Gunn, Direktor des Werkwerks auf dem Planeten B. Darf ich die Hand vorstellen? Das ist Kwanus Kulle, Direktor der Mine im Sternenwolf. Dann Clark Keller vom Sternenbild der Schlange, Uruh und Bruch vom Sternenbild Adler und Herr Swarlo vom Planeten Ramda im Skorpion. Oh, ich bin Captain Future. ingen wir jetzt jemanden von Ihnen einen Mann namens Fäcker. nap ... ... ...